Was sehen wir denn hier? Ja, safe, hä? Ist ja überragend! Mit dem Code King Phil spart ihr 5%. Aktuell 3-4-2-Aktion auszeichnet Level Up in den Chat. Ich werde es auf gar keinen Fall an, dann kannst du es sagen. Sag es, nein, ich mache es nicht. Was kriege ich dafür? Nein, das machst du nicht. Nein, mache ich auch nicht. Das wäre übel feinlich. Das wäre übel feinlich. Hi! Hi! Gibt es auf diese Level Up los einen Rabatt? Gibt es da was drauf? Nein, ich kenne das von so Influencern, die das so bewerben. Guck mal, ob es so Rabatt dafür gibt. So ein Rabattcode. Oh, das weiß ich gar nicht. Nein? Code Stylers? Okay, sorry. Einen Rabattcode kann ich hier auch nicht. Ja, okay, okay. Kein Problem. Mit Karte bitte. Hey, mit Karte dabei? Nein. Von das hier? Ja. Das ist von der Gaming-Booster-Marke, die Hydrations. Ne, Monzo ist bei Gamers-Only gewesen. Aber fast richtig. Machs gut, ciao. Boah, ich musste euch so das Lachen verkneifen. Oh mein Gott. Ich hab fast so losgelacht. Ich auch. Wo du noch Stylers gelacht hast. Es war so witzig. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es ja auch ein Game Over, ey. Nee, Code King Phil konnte ich nicht springen, Alter. Images. Junge. Und dann hätte er dich noch gefragt, wo streamst du grad? Wie heißt denn du grad? Ja, ja. King Phil stimmt. Okay. Aber ich hab durchgezogen, das war witzig. Es ist mal richtig. Ja, ja.